Ciao zusammen, da ist der Panschi und du hast es richtig gesehen, das ist der 24. Jahrhundert, das ist Weihnachten. Ich will mich an dieser Stelle bei allen von euch bedanken, für den unglaublichen Support. Ich habe gestern ein Konzert gehabt, auf dem Gurten oben, es war eine wunderbare Stimmung. Ich freue mich auf alles, was kommt, auf alles mit euch zusammen. Ich bin voll Gas am Gehen für das neue Album, es kommt nächstes Jahr raus und wir sehen uns. Alles Gute, Happy New Year, all the best, ciao.